Hi, ich bin Susanne und ich möchte zusammen mit euch die Integration durch Substitution durchgehen und zwar Schritt für Schritt anhand von diesem Beispiel hier. Wir haben hier auch Grenzen von unserem Integral, also diese Grenzen müssen wir auch umwandeln. Falls ihr alles schon mal so ein bisschen gehört habt, das gehen wir in diesem Video gemeinsam durch. Woran sehe ich jetzt, dass ich hier was Besonderes brauche zum Integrieren? Warum kann ich nicht einfach meine Regeln benutzen, die ich bisher hatte? Das Problem hier bei dieser Funktion, die wir hier integrieren sollen, ist, dass das eine verschachtelte Funktion ist. Also wir haben hier einmal die Wurzel und in der Wurzel steht nochmal eine andere Funktion. Ihr kennt das vom Ableiten noch, was ihr vorher gemacht habt. Da brauchte man die Kettenregel, um solche Funktionen abzuleiten. Und beim Integrieren ist das jetzt sozusagen das Pendant dazu, man muss die Substitution verwenden, um das hier integrieren zu können. Und die Substitution funktioniert folgendermaßen. Wir ersetzen etwas, also substituieren heißt ja einfach nur etwas durch etwas anderes ersetzen. Und zwar nennt man den Buchstaben immer U, also das wird jetzt die Substitution an sich. Wir ersetzen das, was uns stört. So, das ist natürlich jetzt eine blöde Aussage. Euch stört wahrscheinlich alles an diesem Ding. Aber was uns so wirklich stört, ist das, was unter der Wurzel steht. Weil wenn da jetzt nur ein U unter der Wurzel stehen würde, also Wurzel aus U, dann könnt ihr das wiederum ganz normal integrieren mit den Regeln, die ihr bereits kennt. Also letztendlich stört uns nur dieses 1-2x hier unter der Wurzel. Und das ersetzen wir also durch ein U. 1-2x. Diesen Zusammenhang, den braucht man ganz am Schluss nochmal bei der Rücksubstitution. Deswegen markiert euch den. Den werden wir nochmal brauchen. So, dann sieht unser Integral erstmal so aus. Also die Wurzel bleibt, die haben wir gesagt, mit der machen wir nichts. Aber das unter der Wurzel wird durch ein U ersetzt. Und jetzt müssen wir noch irgendwie gucken, wie wir das dx umschreiben können. Denn das dürfen wir nicht einfach hinten dran setzen, weil dann ist U und X gemischt und dann funktioniert da gar nichts mehr. Also müssen wir auch hier durch diese Gleichung hier jetzt einen Zusammenhang zwischen dx und du finden. Wie schaffen wir das? Leiten wir das Ding hier mal ab. Also U' bilden wir jetzt. 1 abgeleitet fällt weg. Minus 2x abgeleitet, da bleibt da dann die Minus 2 übrig. Jetzt ist U' so die gängige Weise, die ihr kennt, um die Ableitung zu bezeichnen. Aber die mathematische Schreibweise wäre tatsächlich du durch dx. Und das ist natürlich gut, denn jetzt kriegen wir gleich einen Zusammenhang zwischen du und dx. Also statt U' kann man halt auch du durch dx schreiben. Am Anfang kommt einem das immer ein bisschen eigenartig vor, aber schreibt es einfach hin, rechnet es aus und arbeitet damit. Anders geht es dann leider nicht. Jetzt lösen wir das hier, diese Gleichung nach dx auf, weil wir wollen das dx hier ja ersetzen. Wir multiplizieren zuerst mit dem dx, damit es hier unten aus dem Nenner rauskommt. Dann steht da nur noch du auf der Seite und auf der rechten Seite steht die Minus 2 multipliziert mit dem dx. Jetzt haben wir es fast schon. Wir wollen ja noch dx auflösen. Dann müssen wir jetzt nur noch durch diese Minus 2 hier teilen, damit die da verschwindet auf der rechten Seite. Da steht dann nur noch das dx. Und auf dieser Seite hier würde das du stehen und geteilt durch die Minus 2. Diese Schreibweise hier ist nicht ganz so gut für unser Integral gleich. Deswegen würde ich euch immer vorschlagen, splittet das du von der Zahl ab. Also damit das du alleine steht und die Zahl, die vor dem du steht, ist ja der Bruch dieses 1 durch Minus 2. Also die Zahl trennen von dem du. Einfach nur anders hinschreiben. Dann kann man nämlich besser damit rumrechnen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt eine Darstellung für das dx und das setzen wir natürlich auch da oben ein. Das bedeutet, statt dem dx können wir eben das da schreiben, nämlich mal Minus 1,5 und hinten dran das du. So, was haben wir jetzt noch nicht beachtet? Die Grenzen. Denn die Grenzen muss man auch umändern. Vorher sind es nämlich sogenannte x-Grenzen oder bezüglich x die Grenzen. Und hier haben wir jetzt nur noch u. Also müssen auch die Grenzen in u-Grenzen umgerechnet werden. Und das bekommen wir mit unserer ganz normalen Substitution. Also für das x setzen wir die untere Grenze mal ein, die Minus 1. Dann steht da 1, oder ich schreibe es mal hin. Also 1 minus 2 mal für das x setzen wir eben Minus 1 ein. Wenn man das ausrechnet, 1 plus 2 sind 3. Das heißt, meine untere Grenze ist eine 3. Und für die obere Grenze rauszufinden, die neue obere Grenze rauszufinden, setze ich eben eine 0 in das x ein. Dann steht da 1 minus 0 ist 1. Das heißt, meine obere neue Grenze, meine u-Grenze ist eine 1. So, und jetzt wird ganz normal integriert, weil jetzt ist es um einiges leichter. Wenn ihr es von dem hier schon integrieren könnt, könnt ihr die Stammfunktion suchen. Ich würde es jetzt noch einmal umschreiben, die Zahl nach vorne, also dieses Minus 1 halb. Und statt dem Wurzel aus u würde ich u hoch 1 halb schreiben, damit wir das einfach mit den Regeln besser integrieren können. Jetzt wird endlich integriert. So, aus dem u hoch 1 halb wird ja die Hochzahl um 1 erhöht. Also, wenn wir 1 halb plus 1 rechnen, kommt man auf 3 halbe, also u hoch 3 halbe. Und vorne, jetzt brauchen wir noch diesen Korrekturfaktor, da wird ja die vorherige Zahl, die dort stand, dieses Minus 1 halb, geteilt durch die neue Hochzahl, durch das 3 halbe. Und die Grenzen sind jetzt immer noch 3 und 1. Und jetzt können wir die Grenzen einsetzen oder erstmal ein bisschen vereinfachen, dann die Grenzen einsetzen. Wenn wir Minus 1 halb durch 3 halbe rechnen, kommt man auf Minus 1 Drittel. Das habe ich jetzt schon mal auf der anderen Seite vorbereitet. Hier steht genau das, nur ein bisschen vereinfachter. Und da setzen wir jetzt die Grenzen ein. Zuerst die obere, also die 1. Dann steht da Minus 1 Drittel mal 1 hoch 3 halbe. Dann kommt ja immer ein Minus und die untere Grenze wird eingesetzt, nämlich die 3. Also, dann steht da Minus 1 Drittel mal 3 hoch 3 halbe. Und wenn man das ausrechnet, kommt man ja hier auf Minus 1 Drittel und da hinten plus 1 Drittel mal 3 hoch 3 halbe. Und wenn ihr das ausrechnet, kommt man ungefähr auf 1,4. Das ist die Substitution. Wenn ihr jetzt, also wir haben die Grenzen ja in U-Grenzen umgewandelt und deswegen konnten wir die Grenzen hier jetzt am Schluss einfach einsetzen, weil wir die Grenzen abgeändert haben. Es kann aber auch sein, dass ihr gar keine Grenzen habt bei eurem Integral. Dann könnt ihr das einfach ignorieren. Dann müsst ihr die Grenzen ja auch nicht abhändern. Es gibt ja keine Grenzen. Nur, dann müsst ihr hier am Schluss, ich merke mir mal gerade dieses U gleich 1 minus 2X, das war unsere Substitution. Dann müssten wir, wenn wir jetzt keine Grenzen haben und wir nur eine Stammfunktion gesucht haben, dann ignoriert man eben die Grenzen, aber dann müsste man hier am Schluss, da wo Minus 1 Drittel mal U hoch 3 halbe steht, das kann ja nicht meine Stammfunktion sein, wenn da plötzlich ein U drin ist von meiner Ursprungsfunktion. Ich brauche ja irgendwas mit X. Und dann müsste man hier nochmal die Rücksubstitution machen. Das heißt, für das U muss ich wieder das einsetzen, was es halt mal war, nämlich 1 minus 2X. Das bedeutet, um die Stammfunktion dann letztendlich zu finden, setze ich hier für das U nochmal 1 minus 2X ein und hoch 3 halbe natürlich. Und dann ist das da meine Stammfunktion. Noch das plus C, also wenn ihr wirklich nur eine Stammfunktion sucht und das ja ganz genau macht, muss ja immer noch dieses plus C mit dazu oder plus K, plus irgendeine Konstante. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch so wichtig ist. Aber falls ihr es machen sollt, dann muss es natürlich hier hin, weil wir hier keine Grenzen haben. Genau, das ist die Substitution. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn man ein paar Beispiele gerechnet hat, dann kommt man eigentlich ganz gut damit durch. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, wie es funktioniert. Aber meldet euch gerne, falls ihr Fragen haben solltet. Also, ich weiß nicht, wie es geht.